Eine Kota ist eine skandinavische Holzhütte. Wir vom Kota Park Münsterland sind spezialisiert auf den Verkauf und die Montage von Kotas verschiedenster Größen. Erleben Sie dieses neue Maß der Gemütlichkeit in Ihrem Garten. Ob mit einer Saunakota oder einer Fasssauna für den eigenen Garten oder einer unserer geräumigen Grillkotas, in der Sie mit Freunden zusammen von innen hinaus in die Kälte schauen, während in der Raummitte das Grillfleisch brutzelt. Überzeugen Sie sich selbst. Kota Park Münsterland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017